Ich habe mir ein Springpferd gekauft und hatte keinen Springsattel, deswegen ist Stüppen gekommen. Vor einigen Monaten schon hat Leo ausgemessen. Ich habe mir einen Springsattel konfiguriert, es gibt so viele Möglichkeiten. Ich bin so, so gespannt, wie er aussieht und heute war der Tag der Tage, der Sattel ist gekommen. So sieht er aus, ich finde es so schön mit diesem Leder hinten, mein Name ist sogar innen, mit so einer 3D-Optik. Aber dann wurde erstmal geritten, meine Sattlerin Steffi von Stüppen, die hat geguckt, ob noch alles passt und Leo hat auch geguckt, ob bei ihr alles passt. Und jo, dann sind wir erstmal ein bisschen geritten, das hat sich super gut angefühlt. Ich bin schon richtig gespannt, wie es das erste Mal sein wird, wenn ich mit dem Sattel jetzt endlich springe. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr, ich kann eine Springstunde ausmachen, ich habe jetzt einen Springsattel und dazu einfach noch so einen wunderschönen, am schönsten finde ich hinten einfach diesen Teil.